Was geht abläufig von Nordolite Games? Willkommen zurück zu Dragon Ball Z! Auf nach Namek! Alles bereit? Alles startklar? Los geht's! Noch ein paar letzte Checks und dann sind wir bereit, gegen Freeza zu kämpfen! Einer meiner absoluten Lieblings-Lieblings-Lieblings-Stories in Dragon Ball Z! Und wenn euch das Ganze gefällt, Leute, bitte abonniert! Haut auf den Abo-Button, klickt auf die Glocke und da heißen alle Infos! Kaum-Sein-Nin-San, gehen wir! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wie geht's? Hat immer noch seinen eigenen Kopf, ne? Also wird er quasi unfreiwillig fürs Gute kämpfen. Ja, wie geht's? DRAGON BALL! Das ist wirklich! Ich habe es geschafft! Hm? Krillin, da ist ein hoher Feuer. Feuer? Das ist wirklich! Das ist ein hoher Feuer. Das ist ein hoher Feuer. Was ist das? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein hoher Feuer. Das ist eine Anführung von dem Balsch. Das ist ja, was ich so richtig? Das ist doch so, glaube ich. Aber das ist nicht so, dass wir uns die Kerlen. Es ist ein hoher Feuer. Das ist ein hoher Feuer. Der war ein Feier. Das ist ein hoher Feuer. Das ist eine Säge. Gohan, Geheim! Ich werde dich verletzen! Ja! Ich bin Begeeta. Ich bin nur von ihm. Friiza, der Mann! Der Mann, Drakon Ball! Ich werde es nicht verletzen! Der Mann, wenn du das Thema auf dem Mond konntest, dann kannst du nur einen Menschen zurückkommen. Wir werden uns einen Drak-Ball haben. Das ist gut, Gorn. Ja. powered für ein paar Monate lang? W-Wak minimalist. 40, 25, 25, 25 Euro. Ich werde dich von diesem Fall anbetten, damit du dich kommst und dich alles wiederholen kannst. Sudden wir 5 Minuten später. So, 10, 25, 25... Ok, 2 Monate... Aber ich bin ... So,そんな... Just,なんでまたアレが来るわけ? いやいや,聞きたいのはこっちですよ ありました,フリーザ様 おー,よしよし これであと3つになりましたね 大切に持ってなさい,ドドリアさん ベジータが狙っているらしいですからね フリーザ様 たった今、ベジータを追ってキュイが到着しました そうですか,早かったですね それと、少し前に現れた2つの大きなパワー反応は 突然消えたままです 反応のあった時点を探らせておりますので まもなく正体がつかめるでしょう まあ、問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは 見くびられたものです ベジータであれば、キュイがそのまま始末に向かうはずです あの2人は嫌い合っておりましたので 実力はほぼ互角のはずですから どちらにしてもベジータはただではすまんでしょう 逃がさんぞ、ベジータ このキュイ様が片付けてやる そう、だからソン君たちに伝えて 頼んだわよ じゃ そ、それじゃあ私は地球に帰るわ がんばってね すぐにソン君を連れて戻ってくるから ん?クリリーさん 誰か来ます え? ザ、サイヤ人? 違う ベジータじゃない このあたりのはずだが ん? え? な、ナメック星人じゃないわ ナメック星人じゃねえ見てたぜ 何もんだ 見たかよ こいつら戦闘力なんぞほとんどね ただの旅行客か ま、逃げられちゃ楽しみがなくなる よし 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 私を おすすめ それ это コメント 私たちも ul internet 戦だ 最 Allies 先決して 異事 しかし 今、真っ 何 tenir 結�� Okay, die sind wirklich stark. Aber die sind nicht gewachsen. Die Kampfe ist auch geil. Die blocken ja alles. Ich kann aber nicht nachsetzen, weil der andere ständig angreift. Das sind die ersten, die auch richtig gut verteidigen. Boah. Okay, kann ich keine... Moment, Moment, Moment. LB und RB. Ah. Perfekt. Erstmal selber aufladen. Krass für die Verteidiger. Auch man kommt irgendwann durch. Schön, wie die Kampfkraft irgendwie gar nichts auszusagen hat. Krass für die Verteidiger. Krass für die Verteidiger. Krass für die Verteidiger. Ich glaube, dass es Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui-Kui. Genau. Würde ich auch so sagen. Nee, nee. Wir dürfen als Vegeta spielen. Cool. Weisen wir ihn in die Schranken. Das geht's. Und er ist das Schiff. Kann ich vielleicht sogar... Na, ich glaube nicht, dass mich das Spiel lässt, aber wir probieren es mal. Oder wir machen mal einen Testkampf. Gucken, was der hat. Sehr stark. Boah, wie geht das Übertrieben stark. Abschließend Angriff. Oh mein Gott, der schon. Reinste Vernichtung. Hat er irgendwelche Items dabei oder so? Ach, wir können uns auch drehen. Cool. Okay, ich stimme los. Vernicht mich. Das ist für ein Kinderspiel. Ist er. Auch weiter oben bestimmt. Hein? Oh der, schwebt doch nicht. Oh mein Gott, das ist schwebt. Oh mein Gott. misse der roh kono regati q nicht da doch die jetzler karao moschee koto man an der nieder sie noch haja so kassenton röcno kontrol oder wacke noch nicht nur 20.000 mit saubern 1000 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat keine Chance Galex strahl Jetzt will ich mal den Schaden rein Kann ich das in die Kombo einbauen? Ich teste so viel, aber es muss sein Moment Moment, vielleicht kriegst du eine längere Kombo hin Ja, der ist eh kein Gegner Das testen wir mal Und ich mich immer weg teleportieren Nach ein paar Schlägen Wow, die gehen komplett daneben Oh Gott, der Schaden Weiß ich nicht, irgendwie Ich finde, das bringt nichts Er bleibt ja die ganze Zeit im Block Ich wette, da kriegt man noch fettere Kombo's Dann müssen wir mal testen Geh! 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 ... und da, der Blatt. ... 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 Ich habe mich überrascht. Ich habe mich nicht überrascht. Die Begeita hat mich über die Begeita in der der ersten Runde zu verletzten. Aber das war es auch nicht möglich. Freiza, die nach dem Weg nach Namech-Cerzen sind. Das war es. Es ist gut, wenn ich mich mit. Ich bin der 5. Kuss. Das war's für heute. Ja, irgendwo werden wir uns schon verstecken können Was ist denn das? Oh, wie cool Aber ich kann es nicht haben, weil Meteor-Forschach kann man Stufe 3, muss ich erlernen, wie mache ich das denn? Super Masenko auch ab Stufe 20 Brauche ich 5D-Medaillen, ich habe 3 Interessant, gut, dass ich ein paar gesammelt habe Ach, kein Problem Wir sind erst Stufe 16 Machst du denn, wie geht der nicht gewachsen? Gut, dass wir im Kampf keine Luftanzeige haben Gut, dass wir im Kampf keine Luftanzeige haben Barte mir aus dem Wasser Ach, auch mal was Kann er gar nicht Toll Gut, Level 17 Es ist ziemlich wichtig zu leveln noch zwischendurch Verdammt Ach ja, ich kann nicht fliegen Ja, wir verstecken uns erst mal Ich bin einfach so Schwenker Ich bin Schwenker Schwenker Oh, ich bin Ich bin Schwenker Ich bin Ich bin